Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Videoserie Alle Lernende erreichen. Bedienungshilfen am iPad. Heute Video 8 Tastatursteuerung. Ich, Alicia Bankhofer, mache diese Videoserie zusammen mit Laura George aus England. Mit der Tastatursteuerung am iPad können wir eine externe Tastatur verwenden, um das iPad zu steuern und somit zu arbeiten. Dies unterstützt besonders Kinder und Jugendlichen, die motorische Schwierigkeiten haben und ein reduziertes Sehvermögen haben. Es geht hier, dass wir die Auswahl hervorheben, besonders hervorheben, dass wir alles gut sehen und wir können sogar Tastaturkursbefehle selbst definieren. Somit für alle Menschen hilfreich. Unter Einstellungen, Bedienungshilfen, Tastaturen finden wir die Tastatursteuerung. Aktivieren wir sie und schauen wir uns an, welche Optionen wir haben. Sobald wir die Tastatursteuerung aktiviert haben, merken wir, dass ein Teil des Bildschirms hervorgehoben wird, in dem Fall gelb. Wir können diese Farbe jederzeit ändern. Blau, rot, grün. Und jetzt können wir, wenn wir mit den Pfeiltasten auf der Tastatur bewegen, verwenden, können wir sehen, dass alles, was wir markieren, wird ausgewählt und besonders hervorgehoben. Hier habe ich sogar jetzt die zwei Optionen im Entscheidungsbild verwendet, aktiviert, vergrößert und hoher Kontrast. Hier können wir auch die Befehle anpassen bei der Tastatursteuerung. Das heißt, wir können hier mit der Leerstaste aktivieren und auf Befehle gehen. Wir können drunter scrollen und schauen, welche Optionen wir haben. Alles ist bereits belegt von Haus aus, aber wir können es auch anders definieren. Am hohen Bildschirm ist es recht praktisch, wenn wir navigieren mit der Tastatur, weil dann können wir sofort erkennen, wo wir sind und was wir tun. Wie sieht es aus, wenn wir etwas anpassen wollen? Tippen wir zum Beispiel auf die Leertaste, um herauszufinden, wie das aussieht. Ja, dann können wir jederzeit etwas anders machen. In dem Fall brechen wir ab, weil ich möchte es so belassen. App Umschalter ist recht praktisch, also wir können mit dem Kurzbefehl Tab, Taste und A einfach navigieren und wir können zum Beispiel in YouTube ganz super sehen, dass wir zwischen den Videos sogar navigieren können. Und so leicht geht es mit der Tastatur und zurück zu den Einstellungen. Mehr erfahren Sie unter diesem Link online und ich wünsche viel Spaß und vielen Dank!